Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Rocket League. Heute im 2 gegen 2 mit Björn. Hallo Björn. Hallo. Hallo. Ja, wir haben die letzten Tage ganz schön viel miteinander gespielt und sind auch deutlich besser geworden. Auch ganz viel Wettkampf gespielt und sind dabei im... Nein. Nein. Okay, das war schlecht. Ja, zum Einstieg natürlich mal ein Gegentor kassieren. Äh, soll ja spannend bleiben. Ja, ähm, wir haben in der Liga so ganz schön weit aufgestiegen und spielen jetzt natürlich gegen bessere Gegner. Und das mit Björn. Björn ist dabei unser Manuel Neuer. Der, Manuel Neuer. Der, the one and only. Vielleicht bin ich gar nicht Björn. Vielleicht bist du ja Manuel Neuer. Richtig. War du? Au. Oh, oh, was machen die da? Oh. Ja, und ich muss schon sagen, ich finde, wir beide sind ein recht gutes Team mittlerweile geworden. Ah. Oh, was war das denn? Äh, recht gut mit Abschwache, dass wir uns wenig selbst sagen müssen. Also, also hier, mach mal das und mach mal das und ich fahre. Das müssen wir alles gar nicht mehr. Und, oh, das war scheiße. Müssen wir halt jetzt mal Gas geben. Power! Da, Manuel! Da ist er wieder. Ist noch keiner im Tor. Jetzt sind sie da. Oh. Äh. Scheiße. Und, was sehr viel geiler ist natürlich, wir können fliegen. Zwar nicht so Bomber, aber wir treffen schon den Ball und haben schon ein Flieger-Toron gemacht. Es wird. Es wird. Immer mehr. Äh. Ah, den hat er eben noch gut erwischt. In der Luft. Wo ist denn der zweite? Äh, was mach ich denn hier grad? Hä? Nein! Nein! Aber das war so eine gute Torchance. Oh, da! Ist der da vorne? Ja, Manuel, der kommt natürlich raus. Ja, muss ja auch mitspielen, ne? Oh. Boah! Boah! Glanzparade! Oh, sorry. Oh. Oh, hier ist kein Turbo. Nein! Ich bin drüber geflogen. Boah! Oh, er verkackt den zu Glück. Mal ein bisschen Speed holen. So, so. Ich fahr mit. Ah, sehr gut. Oh, ich glaub, der hat ihn sogar noch reingelenkt. Kann sein, ja. Lassen wir mal gucken. Ich glaube, ich glaube. Aber der wär auch so, oder? Ja, wär auch so. Nice! Aber wir können doch gewinnen. Natürlich können wir das. Äh, zack. Oh! Oh! Oh, nein. Oh, vorbei. Oh, nein. Oh, nein. Wow! Okay, jetzt wieder der Angriff. Oh! Nein! Oh, Kohle rein. Oh, wie schlecht war das? Oh, nein! Oh! Oh! Wasch, wieder vorbei. Oh, Manuel! Ja! Manuel! Okay. Dann halt so. Ich muss, ich muss, ich muss so bei dich und dir bei. Einfach mal backhauen. Ja, sehr gut. Ausgetanzt. Oh, ich hab kein Boos. Okay. Ich hab nichts. Pau! Ja! Das ist halt eingespielt. Oder einfach zack. Ich bin auch vorbeigefahren. Oh, wir retten es wahrscheinlich noch ins Golden Goat. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh! Und der fliegt erst mal. Oh! Nein! Ich bin vorbei. Gotcha! Oh! Okay, ich bin hinten. Ja, vorbei. Vorbei. Komm auf den Boden. Ja. Huh! Go and go! So, jetzt packe ich den richtigen Manu aus. Dann geht's los. Ah, ich hasse Nachspielzeit, ehrlich. Ja, so ein bisschen Spannung. Nein, geh weg! Oh! War ein bisschen too whiskey. Ah! Ey! Ey! Warum war ich denn da auch schon wieder vorbei? Oh ja, kommt nach vorne. Oh, ich muss ein bisschen Turbo hier sammeln. Oh nein! Das ist deiner! Und, bist du nicht da? Ich bin wieder zurückgefahren. Ich dachte, die kommen da dran. Ich habe kein Turbo. Oh nein! Oh, nice! Ich habe kein Turbo. Oh, ich habe mich weggeschubst. Schon wieder! Oh ja! Ja! Wow! Nice! Let's go, let's go! So läuft's! Genau so sind wir! Genau so spielen wir! Ach du Egg! Die Super Kickers! Ja, das war's mit dem ersten Match. Wir sehen uns im nächsten Sieg! Und, willkommen zur nächsten Runde, zum zweiten Match. Oh, der hat uns viel Glück gewünscht! Echt? Are you good luck too? Richard. Thank God. Wir brauchen kein Glück. Wir machen wir! Scheiße! Oh! 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 Also, man merkt auch schon deutlich, dass die wesentlich härter geworden sind, die Gegner. Also, natürlich, äh... Geh was zu! Ja! Ja! Pow! Wir brauchen kein Glück. Wir machen das so. Aber hier, guck mal, ich habe den Einer voll. Hier jetzt... Ah, sieht man nicht mehr. Der, doch da! Bam! Geh weg da! Äh, du... Lass mal gucken, wo du stehst. Oh! Oh! Ah! Boost holen! Oh nein! Ist keiner da, ist keiner da! Ah, schade! Mein Boost! So! Das haut dann eh weg! Hast du den? Du bist nicht da! Nimm recht den! Zack! Oh! Wird fast ein Doppelschuss geworden. Oh ja, damit hatten wir auch schon geile Erlebnisse, geile Tore. Äh, was machen die da? Sind die doof? Danke! Ja! Warte, wo ist ein guter Pass? Ich will ein guter Pass sagen! Nein! Ich will... Guter Pass! Hab ich! Wow! Eiskalt! Eiskalt! Pow! Du bist da! Okay! Rüber! Ah! 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 Da kam dann auch ran! Oh! Ah! Huh? Yeah! Wow! ich bin gerade kurz hinten gut jetzt bin ich da nein 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 aber gut diese dinger da oben kommt man hier einfach nicht dran das ist auch schwer da hat er noch mal kurz das war alles aber wirklich gut haben so verdient nein 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 okay auf jeden fall treffen die gut den ball da müssen wir uns anstrengen ist der treffenden sehr gut das war richtig gut wo mach ich nein nein manuel da haut er noch mal aufs tor alter unfall gehabt das war eine glanz parade oh ja oh ja oder kommt und verteidiger okay ich konnte so hoffentlich ärgern ja nein lass uns nein ihr noch leichter wisst komm schon komm schon komm schon ja ja nein gibt's doch nicht nein er hat ihn wieder erwischt was ist denn da los mit dem verdammt äh unfall mit mir selbst weg komm jetzt aber oh nein 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 fahrt vorbei ich bin jetzt zurück oh 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 knapper sieg aber so läuft's so läuft's nice ja das war die zweite runde bis gleich zur zweiten äh dritten tschüss 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 und das dritte und letzte match vielleicht machen wir ein hatrick wieder ein hatrick im siegen das wäre auf jeden fall geil wieder mit björni björni ist ja auch wieder da da ist er ah du sack bam ich hab dich gar nicht gesehen wo warst du denn ja 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 da siehst du mich doch jetzt ach da wow ja schnelles tor 10 sekunden wow wow nice direkt nachlegen oh ja weil wir nachlegen ne nicht die ach so ja ich will keine spannung mehr der sack kommt da ran ah manuel ist im tor manuel regelt was macht der er geht vorbei ich brauch boost ich brauch boost er kommt ich bringe ihn aufs tor ah abzauber aber du hast sie gut ausgespielt hier guck batz und der andere voll verwirrt oh was oh Gott wo ist er wo ist er das sieht bis jetzt gut aus ja oh es ist leider noch nicht so viel zeit vergangen erst eine minute ich versuche ihn noch mal zu bringen ah oh nein geht vorbei schnell zurück oh wer hast du das denn gemacht er ist ja richtig gut in der hoffnung dass er dann wirklich auch zu lang kommt oh schade er habe ich doch so gut getangelt ich bin im tor oh oh unfall ja oh auch kein unfall okay 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 jetzt mach mal nach vorne hier ich habe Angst ah hab ich Oliver Kahn oh nein ich bin vorbei der auch komm es auf Nachschuss nein oh oh ich glaube das war meiner ich stand so weit hinten hi na egal noch filmbar noch ist alles gut oh ist vorbeigefungen oh ich bin hinten ich bin hinten ich habe kein Speed egal geht auch mit 6 Turbo oh alter ist das ein krasser Typ und ich verkack schon wieder das Tor und schuf ey was ist denn los hier dick okay ich habe gleich weggekickt zumindest gestört oh sehr gut das konnte man früher jetzt in den Folgen die ihr seht zu dem Zeitpunkt noch nicht aber jetzt ist das schon besser oh da kommt nach vorne oh ich bin zerstört worden oh schnell wieder nach hinten oh da kam der mit der Nasenspitze der alte Halunke der oh sehr gut oh ey wir geben uns ja richtige Fights ey das macht richtig Spaß Steiner schnell verteidigen eine Minute müssen wir noch Tick zu langsam kommt wieder man oh nein nein wäre ich da mitgefahren müsst ihr kommen und bist gleich da egal oh wow oh das ist Deiner das ist Deiner meiner da oh da war noch Dreier oh ich habe einen Unfall Manuel ja nein ja oh sehr krass Alter wow ein Hedwig den hätten sie noch machen können ja das war's die drei Match vielen Dank fürs Zuschauen bewert den Part und bis zum nächsten Mal bei Rocket League tschö 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.